Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Flatline in Contagion. Ich nehme wieder meinen Random Char hier, was eigentlich kein Random Char mehr ist, weil ich ihn jedes Mal dabei habe, diesen Soldaten. Und mit am Start ist wieder der Lukas. Zehn Stunden später. Zehn Stunden später, genau, weil wir haben es am Anfang nicht geschafft, aufgrund eines kleinen technischen Problems diese Aufnahme in Gang zu kriegen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Hört sich so ein bisschen an, wie dieser Chart beim ZDF, den die Heute-Schau immer bringt. Tut uns leid, aufgrund technischer Probleme ändert sich das Programm. Ja, so ungefähr. Nur, dass unser Programm dann halt wäre, wir nehmen nicht auf. Aber jetzt haben wir hoffentlich alles gefixt. Hoffentlich ist, wie gesagt, die Betonung, ich bin mir so nicht ganz sicher. Andernfalls werdet ihr das bestimmt gleich feststellen, denn dann werde zumindest ich in der Aufnahme Framedrops kriegen. Aber ich hoffe mal, das bleibt uns gespart. Yes, I know, I already nailing. Er wollte mir gerade vorschlagen, dass diese Nagelpistole helfen kann. You don't say. Genau. Das ist mir auch gerade, you don't say. Ja, Mama. Ich habe ein paar Ammo hier. Oh, Ammo? Hey, ich sollte mir vielleicht mal eine Waffe zulegen, ich habe nämlich nur eine SIG. Oh ja, so eine Schlagwaffe wäre eine Idee. Ja, eine Axt. Und ich habe einen Pocket-Latt gefunden. Awesome. Lol. Ich gehe wieder hoch ins Zimmer. Ja. So ist hier unten sonst alles zu. Da liegt es hier in der Regel auch was. Secure that door. Oh, aber in unserem Zimmer ist es noch nicht so. Oh, dann solltest du da vielleicht mal zu machen. Das mache ich. So, was gibt es denn hier Schönes? Hey, das ist cool. Ich droppe mal meine Axt und nehme das Messer mit. Ich nehme doch die Axt auch mit und droppe es im Zimmer, dann kann ich sie nehmen. Ja, aber ich habe keinen Slot dafür frei, dann geh kurz runter und hol es dir. Achso. Wo liegt sie denn unten? Komm mal gerade runter? Ja. Hier, wenn du hinten durchgehst, links in der Küche. Ah, da liegt ein Slash, scheinbar der langt mir auch. Und eine Machete. Ja, ich wollte mal gucken, wie das ist mit dem kleinen Messer. Ob das irgendwas bringt oder hilft. So, übliche Aufteilung. Ich bin auf Position. Übliche Aufteilung. Na gut, wir könnten eigentlich mal tauschen. Das ist ein bisschen Abwechslung für die Zuschauerweise. Wenn sie meistens hier mal eine View sehen. Ja, können wir. So, dann tauschen wir uns mal ab. Okay, dann klauen wir aber nicht meine Zombies. First Kill. Alter, deine Mutter. Dann warten wir mal, wer hier so reinkommt. Machst du die Tür eigentlich immer zu oder wartest du einfach fröhlich? Die Tür bleibt immer offen und ich warte. Okay. Da sind hier noch keine Zombies. Das ist ja voll langweilig. Ja, das dauert immer. Ah, da kommt schon der erste Treppe hochgerannt. Hi. Hallo. Es ist mir. Ich kippe dich. Ich bin Achmed. Aber du bist tot. Nein, ich bin nicht. Aber du bist ein Skeletor. Oh, nur die Fischwärmung. Ja. Also für alle, die das jetzt nicht kennen, wir spoilern mal ein bisschen und werben ein bisschen. Wenn ihr mit diesem Video fertig seid, dann macht einen neuen Tab auf. Geht auf YouTube und schaut euch Achmed, the dead terrorist an. Aber erst guckt ihr uns ein Video zu Ende. Ja. Es ist Walter. Er hat Gas. Oh, yes. Er schreit die Scheibe aus mir. Es ist Luki. Er hat Gas. Oh, man, ja. Das ist schon richtig geil. Bei mir ist wenig Action. Ja, da ist immer so wenig los. Das ist nix. Das ist ja langweilig. Also, liebe Zuschauer, schreibt uns doch vielleicht in die Kommentare, was wollt ihr mehr sehen. So ein bisschen mehr Action oder hier so ein bisschen mehr Chillen an der Tür. Gewillig mal ein Zombie abschlachten. Schreibt es uns. Vielleicht auch andere Maps oder andere Spielmodi zum Vorschlagen. Wir sind leider gerade nur wieder zu zweit. Denn definitiv am Start ist auf Dauer ein anderer Spielmodus. Genannt Extraction. Da haben wir auch schon eine Karte im Auge, die wir dann spielen möchten. Aber das macht halt zu zweit schlichtweg keinen Spaß und keinen Sinn. Oh, wir haben einen Wurzbruch. Oi. Alter, Alter. You may could help me. Ja. Schon dabei? Danke. Tank? Nein, doch. Doch kein Tank. Oh, verhälte. Nur Bulle. Go. Da sneakt sich einer plötzlich von der Seite an. Magst du schnell aufs Fenster gucken? Dann mache ich so. Ja. So, das ist zu. Und. Das ist auch zu. So, jetzt würde ich noch gerne nachladen. Ich verkackt heute schon wieder großzügig. Ja. Da kloppt doch schon wieder einer. Ja. Alter, ich bin schon wieder durch, hey. Wie ist der Dapet? Ich glaube, wir tauschen nachher nach der nächsten Runde wieder. Nee, nee, nee. Hier. Nur weil ich ab und zu mal unfaig. Ab und zu? Wobei, er mich nicht übertreibt. Ja, stimmt eigentlich eher selten. Sorry, ich meinte eigentlich untertreiben. Nee, nee, nee. Das muss nicht von dir auf andere schließen. Ja, ich lebe noch. So ein scheiß illegaler Scheißdreck. Hausparty by Surtas Revenge. Zombies willkommen. Gratis Fleisch für alle. Wir sollten aber aufpassen. Ich habe nämlich nur noch 14 Kugeln. Das hört sich aber jetzt irgendwie mehr so nach so einer Swinger Club Hornel Party an oder so. Ja, genau. Das denken die Zombies sich auch. Was glaubst du, warum so viele kommen? Sex sells FTV. Ach so, du meinst. Du meinst. Das gibt's. Hat er dich gerade getötet? WTF? Ja. Oh. Lalalalalala. So, jetzt. Drei noch. WTF, jetzt sind wir wieder mal besonders gut. Oh, ja. Let's close that door. Vor allem, weil ich auf einmal so viel Munition hatte. Gott sei Dank bist du dann gestorben. Ich habe nichts wie das Schmutz von Ammo. Ja, viel hatte ich auch nicht mehr rumliegen. Es hat aber gereicht. Hey, wer steht denn da rum? Ich glaube, ich höre unseren Escort. Der Kerl, von dem wir die Waffe kriegen. Äh, okay. Eigentlich ein ganz netter Kerl. Ich habe einen Feuerwehrkampf bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mein Messer behalten will oder es gegen eine Pulp... Ich tausche es, glaube ich, gegen eine Colt aus. Einer von euch hat diese Wehreinheit genommen. Es ist Zeit, um die Spannung zu spüren. Hey, tschüss. Okay, jetzt habe ich zwei Pistols. Du darfst doch auch schießen. Hm? Warum habe ich, idiot, eigentlich mein Knife hier gedroppt? Das kann ich ja dann nicht mehr aufnehmen. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, weil... Also, du hast ja eigentlich deine Erklärung schon vorangegeben. Du, Idiot. Ja. Ein schönes Pocketknife. Das wollte ich eigentlich noch ausprobieren, aber wahrscheinlich hätte es eh nicht hier gedroppt. Barricade irgendwo, safe and hold out. So, jetzt mach dich mal an's nageln. Ja, ich bin gerade unterwegs. So, die Fenster sind alle noch offen. Such eigentlich gerade noch offene Fenster hier unten. Da ist auch alles super. Wir könnten gleich noch hochgehen und nageln. Ja, müssen wir auch noch. Oh, oh. Wie ist das dann? Spawnen die Waffen dann eigentlich neu, die hier verteilt lagen, oder? Nee. Auf geht's, auf geht's, nageln. Ja. Ich mache unseren Raum schon mal zu. Muss doch möglich sein, dass wir mehr als eine Runde überleben. Das wäre dieses Mal ganz freundlich. Ja, der Stadgehammer liegt hier noch. Ja, ich weiß. Ja. So, der eine Raum ist hier. Oh, scheiße. Man, da muss ich mich ein bisschen beeilen. Da kann sich nämlich schon die Wand hoch. Also, ich stehe gerade in unserem Raum und defle die Fenster. Burn in hell, you freak. Yes, burn in hell. Oh, irgendwo sind sie durchgekommen gerade. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwo Holz brechen gehört. Alter, wieso kriege ich den da nicht hinter dem Ding? Das gibt's doch nicht. Oh, nein, 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 nein. Ich muss nachladen. Hilf mir. Hilf mir. Autsch, ey. Das fängt hier schon mal gut an. Wow. Verdammt, ey. Alter. Ich hau auf den. Das stimmt ja nicht. Alter, das fängt ja gut an. Wir sind heute in Höchstform. Ich sehe es schon. Definitiv. Nein. Ich bin gerade am Nachladen, Adler. Und irgendwie ist die SIG sauer. Ziemlich für den Arsch gerade gefühlt. Alter, kann es sein, dass sie ihn gepatcht haben? Das könnte sein. Also die Colt ist auf jeden Fall gerade ziemlich scheiße. Die SIG macht eigentlich echt Spaß. Ja gut, das war aber noch nie recht. Oh, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die Colt ziemlich einen Wumms hat. Oh, Tank. Scheiße. Hilf mir, Wux. Wir werden gleich gefistet. Alter, wir werden... Alter, ich... Rektal werden wir genommen. Bist du tot oder was? What the fuck? What the fuck ist heute los? Alter, ich bin ja heute sowas von außer vor. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, überall Zombies. Alter Schwede. Den Tank kannst du nicht totschießen. Du musst ihn hauen. Ich hab aber nichts, um auf ihn drauf zu hauen. Ja, dann lauf. Dann schieß erstmal alle anderen ab. Du hast noch 27. Lauf einfach im Kreis. Ja. Schenk da einen Plan. Hinter dir kommt eine... Nein, das ist nicht mehr. Hinter dir, hinter dir kommt der... Ja, ich weiß, hinter mir ist der Tank. Deswegen drehe ich ja gerade wieder um. Wuh! Wuh! Verpiss dich, Tank! Sind das jetzt zwei Tanks? Die mich hier in den Mangel nehmen? Nach oben. Ah! Alter, what the fuck? What the fuck? Ja, gut heute. Yay! Also richtig. Awesome! Hammer! Ich bin topfer. Okay, ich glaube, das sollten wir wiederholen. Haha.